Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mary, wir laden dich in unsere Runde ein. Wenn du das bist, puste die Kerzen aus. Du meine Güte. Das ist alles ein Schwindel. Sie hatte es verdient, Mom. Du sollst einfach nur hinter dem Vorhang stehen und nicht die Kunden angreifen. Und du, junge Lady? Was ist ein Schwindel? Du bist total merkwürdig. Sagen Sie, hat sie öfter Probleme? Nichts allzu beunruhigendes. Was ist das? Ein neues Hilfsmittel für die Arbeit. Geist, kannst du mich hören? Ja, können wir. Und wir können dich sehen. Mit wem redest du da, Doris? Daddy, bist du das? Wer bist denn du? Haben Sie gesehen, wie sie das geschrieben hat? Nein. Es ist nämlich polnisch. Doris, wer hat das geschrieben? Ich zeig's dir. Bist du hier? Hier geht irgendetwas vor, das wir nicht verstehen. Ich mache mir Sorgen um ihr Mädchen. Die Welt der Geister ist gefährlich. Was machst du denn? Ich mach gar nichts auf! Weißt du, wie es sich anfühlt, der Wirk zu werden? Irgendwas stimmt nicht mit Doris! Was mit ihr gerade geschieht, ist völlig verrückt! Ich glaube, sie ist von Kräften besessen. Die wir nicht verstehen können. Doris? Doris! Bist du da? Bist du da? Bist du da? Ja. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da?